Guten Morgen! Leib am Rischafoda, im Namen Jesu Christi, ich komme in dir und ich danke dir für dein Leben. Ich danke dir für diesen neuen Tag, für diese Leidenheit, was wir haben, mit dir zu kommen. Ich bete, Herr, dass du uns redest, dass wir den gut verstehen, dass wir den gut leben, dass wir den gut gehorchen und dass wir den gut uns im ewigen Leben leben. Im Namen Jesu. Amen. Ezekiel Kapitel 3 von Vers 20 seuchtet, Wenn einer, der mir gedient hat, sich von mir abgewendet und Unrecht tut, und du warnst ihn nicht, werde ich ihn zu Fall bringen. Er muss sterben. Ja, wegen seiner Sünde wird er umkommen, und das Gute, das er zuvor getan hat, wird vergessen sein. Das ist, wenn er sich von Gott aufwandert, und er beisert hat. Als er von Gott auffällt, sagt die Bibel hier, dann wird er, wenn sie eine Sünde sterben, und das geht, wird er ohne Haft verheert, das wird für jede Sünde. Dich aber werde ich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen. Warnst du ihn jedoch davor zu sündigen, und er sündigt nicht, dann wird er am Leben bleiben, und auch du hast dein Leben gerettet. Also das redet hier von dem Irrenst, was dort wirklich bedient, zuerst zu sein, oder von Gott aufzufallen, oder von dem Irrenst, was wir haben, die Verantwortung, was wir haben, als zuerst andere zu warnen, und andere sich auf den Baust zu bringen. Also, wenn ein Gericht auffällt, dem wird das nicht mehr angeregt worden, dass Gott wird hier ohne Haft. Er wird, wenn sie nicht sind, am Kummer saustet. Und wenn wir dem nicht warnen, wo auch wir unsere Redekummer haben, dann wird Gott uns die Rechenschaft ziehen. Und er sagt uns, dann wurde ich dem Sinn blöd, von deinem Vater. Aber wenn wir am Warnen, und er nicht mehr sündigt, also er büste das, dann habe ich den Levy erraten, noch eins. Wenn wir dem Warnen, in Jana, trotzdem wieder dabei sind, dann habe ich uns da gelohnt. Also ich glaube, das ist klar, wir haben eine Abgebung, und ich habe ihn zu führen. Ich glaube, das erste Abgebung wurde, wir haben uns in der Seele in den Hellen abzupassen, wenn es das dritte von dem Ernst, was das bedeutet, wann werden wir, war ich verlaut. Und zweitens habe ich eine Abgebung von uns im Nächsten. Und ich glaube, das war euer Leib. Die Bibel sagt, wann wir nicht fähig sind, als die Nächsten zu erleben. In 1. Johannes, dann sind wir nicht fähig, Gott zu erleben. Und ich glaube, wo er leib, bringt dem anderen auf den Rechenwagstrich. Herr, ich bete, dass wir den Wut verstohlen, und dass den Wut anstrascht wist, und dass wir wirklich den Wut konnen, die Trüßend. die besten Wunderbore Gott. Und ich bete, dass ihr uns klar wist, was wie deine Seele in die Offenzen gehorsam hat. Ich bete im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.